hallo und herzlich willkommen zu einer neuen episode minecraft wir sind jetzt auf der ganz normalen welt und so und wir können uns das schilder kraften wie das wir euch also das wollte ich das wollten wir das werden wir gleich auch direkt machen übrigens ganz gern kennt ihr reden ich hätte meine kommentare weil es ist ich hätte meine kommentare ok ich bin gespannt ob ihr mal ob ihr wisst wer das ist mit ich mir ich habe jetzt ja manchen ja manchen habe ich noch eisen wir gehen kurz eisen holen eisen 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 brauchen wir doch was gewittert ist doch ich will ich will euch noch fackeln holen ich will ich will ich will ich will ich will ich will ich sieht ihr das da auch gerade gesehen habt ab hier sieht ihr es da Guck da, guck da, guck da, guck da, guck da, die Welt will abfangen. Gold, oh mein Gott, ich bin gar nicht so gut drauf. Und ich glaube, wenn ich in den Kommentaren aufstehe, ob ich nochmal anfangen soll, eine neue Welt zu gründen. Ah. Los, mal das Gold. Bei Goldsachen sind es auch nicht so gut. Und das noch Eisen, Eisenbosch mit der Holzspitze, vorbeher ab, mit der Holzspitze, vorbeher. So, abbau. So, rein, so, ab. So, da rein, so. Ah. Wenn ihr sich verwandeln könnt, da findet ihr überall auf dem, auf der Blaze ist ja was ganz anders und die Blaze eben, der Vierer. Habt ihr die vier? Habt ihr die? Ich schon. Wenn ich... Ah. Oh mein Gott, das muss gerade so aufrocken. Oha. Es war lustig. Ähm. Wollen wir nochmal das Haus? Ähm. Ich hoffe, ich hab es verloren. Ähm. Aua. 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 Ähm. Geh, die Eisen, da brauchen wir mal. Ähm. Hier ist noch schönes Gold. Schön, schön, schön. Ich glaube ich hab jetzt noch mal ne... Ähm. Redstone. 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 Ich muss ja kommen. Da, 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 da... Da, da, noch ein bisschen Redstone. Ähm. Was hat man denn? Ähm. Lustig, hä? ich habe hier eigentlich viel materialien ich habe hier aus der höhe raus gehen raus aus der höhe weil immer das macht wenn sie den trick mal hochgraben nachher werden wir aber nichts mehr sehen ich hoffe ihr sieht noch mal weil ich sehe ja kaum schon mal so nach dem handy das ist ja noch schlechter so aber hoch 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 wie groß sind wir denn gerade wirklich jetzt blöd wenn ihr es noch kaputt geht gut hoch bau ich hoffe das können wir noch raus schneiden wir bauen es jetzt noch so lange hoch wie hoch sind wir denn bitteschön los geht kaputt Entschuldigung! Ah! Ah! Mein... Ich seh's noch nicht. Wo sind wir denn jetzt? Ist jetzt gerade... Ich hoffe, hier muss es nicht verlaufen. Könnt ihr den Weg noch? Ja. So... Zock, 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 zock. Ja... Ja, ja, genau. Ah, ich weiß nicht, wo wir noch mehr gehen. Wisst ihr's auch, Freunde? ich weiß es wenn man die welt gut kennt zu hause ja irgendwas hatte ich doch noch Sollte ich es wirklich kraften, sollte ich es tun? Sollte ich es tun, Freunde, sagt es. Guck, jetzt können wir es so machen und dann haben wir alles gedeckt so und wir sneaken. So. Oh, das habe ich ja gar nicht bedenkt. Also wirklich null. Also halt auch wirklich null. Warum habe ich das nicht gleich gemacht? Warum? So, zack. So. Kann das Schild noch in die Hand. Ähm. Dann mache ich wirklich noch Tüchchen. So. So. Ja, komm. Ich mache jetzt auch eine Brustplatte. So. Und eine Brustplatte. Jetzt bin ich schon so gut ausgerüstet. Puh. Wir haben viel gemacht heute. Ja, wir haben dann noch Schafe töten. Dann ist ein, also ein Bett. Vielleicht dann noch eine Katze. Also das kommt ja so. Puh. 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 Feelstatt. Puh. 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 Ich weiß nicht wie lang das Video schon geht. Entschuldigung. Entschuldigung. Es hat Videos schon 20 Minuten. Weil es war ja natürlich sehr sehr blöd. Also wirklich sehr sehr blöd. Puh. 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 Komm gleich. Gold, meine ich. Ja, ich kaufe immer alle so um. Dann habe ich schon mal einen Gold-Appel. Ja, entschuldigung, entschuldigung, entschuldigung. Dann bitte doch mal das Gold-Appel. Und ich bin Nummer, und ich bin Nummer, ich bin Nummer, ich bin Nummer. Ja. Ja. Ein paar haben wir ja noch. Entschuldigung, Entschuldigung. Ich hab's nicht gewusst. Ich hatte doch noch mehr, aber das war über 4. Einfach, einfach dran. So, zack, 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 zack. So, zack, zack. Könnt ihr die Shorn denn auch Mutubers? Ich bin YouTuber und das schaue mein Freund ein bisschen. So. Wir haben's gleich, Freunde. Ja. Einmal den Apfel und einen neuen. Einmal hier rum. Einen. 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 Apfel. Und, ähm, ja, schreibt mal in die Kommentare, wie ihr die Videos findet. Und, äh, weil bis jetzt für den Videos cool und... Und so, ja. Also, ist uns eigentlich voll, voll geil mit euch. Ich hab' schon zwei Bäume. Die werde ich dann... Ähm. Ah. Es ist ja gut, du hast ja zu beschränken. Ich bleibe, okay. Dann werde ich... Hier einpflanzen. Hier würde ich einpflanzen und da. Ja. Ähm, ja. Und das war's dann auch schon mit dem Video. Bye, bye! Bye!